Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur letzten Podcast-Episode im Jahr 2020. Dass dieses Jahr ein seltsames Jahr war, das muss ich, glaube ich, nicht wiederholen. Darüber haben wir schon vieles gehört und oft genug gesprochen. Deswegen werde ich einfach mit dem nächsten Impulsbonbon weitermachen, bei dem wir angekommen sind, nämlich bei Bonbon Nr. 4. Ich habe übrigens Feedback von euch bekommen, dass euch diese Wortschöpfung besonders gut gefällt aus Impuls und Bonbon, weil ein Bonbon ja etwas Süßes ist und Appetit macht auf mehr. Und das soll ja bei Impulsen auch entstehen. Also Nr. 4 der Impulsbonbon-Reihe. Ich glaube, jetzt habe ich das Wort oft genug gesagt. Wir haben ja in den letzten Episoden über das Thema Ziele, Gefühle und konkrete To-dos gesprochen. Wenn du jetzt dich fragst, naja, jetzt haben wir doch die Ziele, da brauchen wir doch eigentlich keine weiteren Impulse. Nun ja, so einfach ist es ja nicht mit den Zielen, denn es geht ja auch darum, dass du die Ziele erreichst, die du dir vornimmst. Um Ziele zu erreichen, da ist ein guter Unterbau, ein gutes Fundament ungemein hilfreich. Wenn du ein Haus baust, dann hast du auch ein Fundament und so sollte es bei der Umsetzung deiner Ziele auch sein. Ein Fundament heißt dabei nicht, dass es da um ein konkretes, spezifisches Ziel geht. Es kann um eins gehen, aber ein Fundament ist etwas, was dir generell im Leben hilft. Und eines der wichtigsten Fundamente ist aus meiner Sicht das Thema Weiterbildung. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, wie wichtig mir persönlich das Thema Weiterbildung ist. Das sieht bei mir auch sehr unterschiedlich aus. Ich bilde mich fachlich ein wenig weiter. Es sind eher Themen wie Persönlichkeitsentwicklung oder Digitalthemen, die für mich wirklich relevant und wichtig sind. Und auch so etwas wie Sichtbarkeit oder Wahrnehmung gehört für mich in den Aspekt Persönlichkeit und weniger in das Thema Fachkompetenz. Damit sind wir eigentlich fast schon mitten im Thema drin. Weiterbildung hat drei Säulen. Ich hatte vor kurzem Professor Dr. Tobias Kollmann im Interview und er hat interessanterweise genau die drei gleichen Säulen genannt. Er hat den Kindern nur einen anderen Namen gegeben. Es geht um fachliche Kompetenzen, digitale Kompetenzen und soziale Kompetenzen. Ich nenne sie ähnlich. Ich nenne sie Fachwissen, Persönlichkeitswissen oder Persönlichkeitsentwicklung und Digitalwissen. Alle drei Säulen sind wichtig. Wenn du dem Ganzen eine Wertung geben willst, ist aus meiner Sicht die Persönlichkeitssäule die wichtigste. Dann kommt die digitale Säule und dann das Fachwissen. Warum diese Hierarchie? Nun, das Fachwissen ist etwas, das in Zukunft mehr und mehr ersetzt werden wird durch Dinge wie künstliche Intelligenz, Roboter und Ähnliches. Das kann durchaus noch einige Jahre dauern, das kann zum Teil aber schnell gehen. Deshalb solltest du dir zum Beispiel immer die Frage stellen, ist das Wissen, was du heute einsetzt, was du heute in deinem Job verwendest, verwendest. Ist das so unersetzbar oder kann das nicht morgen auch durch ein Softwareprogramm beispielsweise erledigt werden? Fachwissen ist etwas, das man sich in der Regel sehr einfach aneignen kann. Es geht wirklich um eine Art Learn and Replay. Etwas, was wir schon aus der Schule kennen. Komplizierter wird es dann, wenn es um Digitalkompetenzen geht. Wenn du nicht unmittelbar in der IT tätig bist, dann brauchst du aber auf jeden Fall Grundlagenwissen. Du solltest verstehen, was eine Cloud beispielsweise ist. Was bedeutet denn Big Data? Was bedeutet denn ein Cyberangriff? Warum sind Cyberangriffe gerade jetzt auch durch die Homeoffice-Situation so viel häufiger aufgetreten? Was sind eigentlich die Herausforderungen von E-Commerce? Du solltest also auch wissen, was zum Beispiel ein Podcast ist. Da du den ja jetzt gerade hörst, gehe ich mal davon aus, dass du weißt, was das ist. Aber es gibt viele Menschen, die kennen Podcasts überhaupt nicht. Deshalb empfiehle den Podcast unbedingt weiter. Aber bleibe nicht bei Podcasts stehen. Beschäftige dich auch mit anderen sozialen Plattformen, die es im Netz gibt. Auch wenn du sagst, naja, TikTok, das ist doch noch was für die junge Generation. Geh einfach mal hinein, melde dich mal an und schau mal, was da so passiert. Damit du mitreden kannst, damit du zumindest verstehst, was diese Plattform tut. Und die dritte Säule, das ist die wichtigste, das ist das Thema soziale Kompetenzen, nennt es Professor Kollmann. Ich nenne es das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Einstellung, Haltung. Und das ist das, was am schwierigsten zu verändern ist. Denn unser Mindset oder unser Verhalten ist etwas, das wir uns antrainiert haben. So etwas kann man natürlich verändern. Man kann sich ein neues Verhalten antrainieren. Aber im Wort trainieren, da steckt es ja schon drin. Du musst es regelmäßig tun, du musst es üben. Denn sonst veränderst du nichts an deinem Mindset und an deiner Haltung. Du musst dich also regelmäßig auch damit beschäftigen, was in deinem Kopf so passiert. Und da passiert vieles sehr unbewusst, weil unser Kopf, naja, an manchen Stellen so ein bisschen wie Google funktioniert. Ich glaube aber eher, dass Google das beim Kopf abgeschaut hat und nicht umgekehrt. Auch unser Kopf hat dieses Suchmaschinenprinzip. Heißt anders ausgedrückt, Dinge, die wir häufig sagen und tun und denken, die spült unser Kopf als wichtig und richtig und relevant als erstes nach oben. Wenn du dir also immer wieder sagst, das kann ich nicht, dann kannst du es auch nicht, weil dein Kopf dir das immer wieder erzählt. Die eigene Persönlichkeit zu verändern, ist wirklich die herausforderndste Variante überhaupt. Ich selbst habe einen Coach, der mich in solchen Dingen unterstützt. Und ich lese sehr viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich probiere wirklich regelmäßig auch neue Sachen aus. Und die Tatsache, dass ich dieses Jahr ein Buch geschrieben habe oder dass ich dann im Februar endlich den Podcast gelauncht habe, war für mich auch eine Grenzverschiebung. Wirklich etwas Neues bewusst zu tun, was ich bisher noch nicht gemacht hatte. Und diese Grenze zu verändern. Denn wenn wir ehrlich sind, die Grenzen, die wir haben im Sinne von kann ich nicht, geht nicht, die existieren doch nur in unseren Köpfen. Es mag sein, dass wir gewisse Dinge vielleicht nicht können, sagen wir mal aus körperlichen Gründen. Dann heißt das aber noch nicht zwangsläufig, dass wir nicht üben könnten, damit es geht. Hier ist dann wichtig, genau hinzuschauen, was muss ich eigentlich tun. Deswegen ist ein wichtiger Unterbau für alle Ziele, die du im nächsten Jahr erreichen willst und umsetzen willst, dass du dich auch regelmäßig mit dem Thema Weiterbildung auseinandersetzt. Podcasts sind ein hervorragendes Medium dafür. Suche dir Podcasts, die dir gefallen, die dich weiterbringen. Ich selbst höre regelmäßig Podcasts und ich höre verschiedenste, die mich persönlich begeistern, die mich interessieren. Aber sie sind natürlich nicht das einzige Medium. Ich lese regelmäßig, ich lese auch Zeitungen jeden Tag. Ich lese Bücher, wenn ich denn zwischendrin dazu komme. Ich lese spannende Artikel. Ich habe diverse Newsletter abonniert. Zu wissen, was auch in der Welt passiert, ist unglaublich wichtig. Den eigenen Horizont zu erweitern, was digitales Verständnis betrifft, was Persönlichkeit betrifft, aber natürlich auch, was das Fachliche betrifft, das ist in der heutigen Zeit wichtiger als jemals zuvor. Denn Wissen ist unglaublich schnell wieder überholt. Deine Erfahrung, die ist nicht so schnell überholt. Denn Erfahrung ist etwas, das dir keiner nehmen kann. Wenn du also schon mal etwas ausprobiert hast, wenn du dir selbst bewiesen hast, dass du mutig sein kannst, dass du auch in der Lage bist, über den Tellerrand zu denken, das ist etwas, das ist nicht so schnell überholt. Und das kann dir auch niemand wegnehmen, egal wie merkwürdig die Situation vielleicht sein mag. Und so etwas hilft dir in einem Jahr, wie wir es dieses Jahr 2020 hatten, ungemein weiter. So, jetzt habe ich viel über das Thema Weiterbildung gesprochen. Wenn du dir deinen Plan machst für nächstes Jahr, schau bitte, dass du regelmäßig das Thema Weiterbildung auch bei dir in deinem Plan drin hast. Und am einfachsten machst du das über deinen Kalender. Ich gehe mal davon aus, dass du einen Kalender hast bzw. pflegst. Und am besten trägst du dir dort einen Dauertermin Weiterbildung ein. Das war das Impulsbonbon Nr. 4 für dich. Und ich wünsche dir nun morgen ein wunderbares Silvester. Es wird ja ohne die große Knallerei stattfinden. Und ja, ich wünsche dir, dass du gut in das neue Jahr hinüberrutschst, dort gut und gesund ankommst. Und dann hören wir uns an Neujahr, weil Neujahr ist dann am Freitag. Dann hören wir uns zur Neujahrsepisode und zum Impulsbonbon Nr. 5 wieder. Bis dahin einen guten Rutsch für dich. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch ganz einfach drei Dinge. Erstens, teile die Folge mit Menschen, die dir wichtig sind. Zweitens, abonniere den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Und drittens, hinterlass mir gerne eine, am liebsten, 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und eine Rezension. Ich freue mich in jedem Fall, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer Untertitelung des ZDF für funk, 2017